Musik Also wir machen Musik, die uns Spaß macht. In dieser Musik ist vor allen Dingen spannend, dass verschiedene Musikrichtungen zusammenkommen, dass verschiedene Charaktere zusammenkommen. Dass verschiedene Kulturen auch zusammenkommen, das ist ganz interessant. Wenn man richtig schöne Momente schafft im Konzert und wenn man überzeugt das Publikum, man sieht das Publikum und man fühlt sich selbst schon zu Hause. Musik 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 Ich möchte nicht den Musikern vorschreiben, was sie zu spielen haben. Ich gebe nur ein Diskussionsthema vor und dann sprechen wir miteinander. Musik Ich versuche zu suchen, was mir denn fehlt. Musik Egal was du machst, ist ein Ohr immer dazu da, um zu hören, was um dich passiert. Das andere Ohr, das andere Ohr hört wahrscheinlich mehr nach innen. Musik Musik Man sagt, es ist immer schwer, sich an Momente zu erinnern, wo man weiß, wo man weiß, wo man weiß, dass die nie wiederkommen. Und oft ist es so, dass man durch die Musik eine Möglichkeit hat, trotzdem das nochmal zu reden. Musik 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 Passepartout Musik 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 Musik